Salut et bienvenue mes amis. Hier an dieser Stelle noch einmal der Hinweis darauf, dass es Kulles Filmwelt auch auf Telegram gibt. Und wenn ihr jetzt fragen solltet, ach Mensch Kulle, warum sollen wir denn nun auch noch alle bei dir auf Telegram rumlungern? Tja, dann muss ich sagen, ja, weil es dort andere Inhalte gibt als auf meiner YouTube-Filmwelt. Schaut mal, hier auf YouTube wird es immer nur Filmrezensionen ab drei Sterne aufwärts zu sehen geben. Einfach, da ich es nicht angebracht finde, Filme und ihre Filmemacher in irgendeiner Weise niederzumachen, nur weil mir deren Werke nicht gefallen haben. Das gehört sich so in der Form nicht, finde ich zumindest. Dennoch gibt es nicht so gute Filme, sei es aus meiner oder aus eurer Sicht. Das ist ganz unabhängig davon. Ich, für mich, gebe hier einfach nur Inspirationen zu filmen, die ich toll finde und wo ich meinen könnte, dass auch ihr davon begeistert sein könntet. Und eben denke ich, dass es dementsprechend gerecht ist, euch auch andere Werke vorzustellen, die in meinen Augen nicht so gut gelungen sind. Und selbstverständlich möchte ich euch auch daran teilhaben lassen. Nur eben im diskreten Rahmen und somit auf Telegram. Was jedoch nicht heißen soll, dass dort nur Filme unter einer Drei-Sterne-Bewertung von mir besprochen werden. Nein, nein, es gibt dort auch immer wieder Perlen der Filmunterhaltung zu finden, die mitunter so großartig und selten sind, dass ich nicht erst darauf warten möchte, bis ich mit den jeweils zuständigen Filmverleihern eine Einigung erreichen konnte, dass ich das dazugehörige Foto bzw. Filmmaterial dazu verwenden darf, sodass es also als Kurzinformation für euch zu verstehen ist, dass ich diesen oder jenem Film unbedingt als sehenswert erachte. Nebenbei gesagt, natürlich möchte ich nur so gerne jene Filmrezensionen in naher Zukunft dann auch hier auf YouTube veröffentlichen können. Doch das kann, je nachdem, schon mal eine Weile dauern. Daher, cooles Filmwett auf Telegram. Zumal ihr dort auch die Gelegenheit habt, mit mir persönlich im Chat über Filme, Serien und alles, was dazugehört, labern zu können. Ganz gleich, ob es um etwas geht, was ich zuvor besprochen habe oder es etwas ist, was euch für mich bewegt. Von daher, kommt zu mir auch auf cooles Filmwett auf Telegram. Ich würde mich riesig darüber freuen, aber das muss ich, glaube ich, nicht extra erwähnen, oder? Vielleicht darf ich euch ja dort bald begrüßen. Den Link dazu findet ihr auf alle Fälle in der unteren Videobeschreibung. Bis dahin sage ich nun erst einmal Salüya bentou misami. endo 6 10 30